Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Trayfever Folge 4 und hier sehen wir unseren Bus, der hier gerade die Leute mitnimmt. 13 Warten, dann wartet die Warten wahrscheinlich auf die Gegenrichtung. Ne, höh? Ah, dann ist der voll. So gut wie. Lassen wir mal ein bisschen Klick auf. Okay, das ist ein bisschen arg viel. Aber unsere Finanzen sagen gerade, dass wir hier doch ein paar mehr kaufen könnten. Häufen wir nur eins, zwei. Kaufen wir mal zwei dazu. So, wie ist denn? Ach, das Güter ist gerade verschwunden. Genau, wie sieht es denn mit dem Güterbedarf aus? Okay, mhm. Ach der Einwohner. Glaub ich, wo ist denn hier? Egersund ist hier. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Es ist immer noch da ganz am Ende. Jo. Güterbedarf gedeckt zwei von einem, vierzig Wien wird. Wo kommt denn hier Güter hin? Was? Okay. Ich glaube, das Holz wird hierhin geliefert. Oh je. Oh je, 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 oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Da stehen sie wieder alle. Oh, der ewig, bis der los wird. So viele große Setten mittlerweile. Okay, ihr habt bald schon wieder eine Vergrößerung. Mal gucken. Die Vergrößerung hier hinten müsste er wieder... Ah, okay, die ist schon passiert. Aber da sieht man immer noch nichts, dass die Gebäude größer werden oder so. Weil ich habe jetzt schon oft gesehen, dass die Gebäude dann auch wachsen. Gucken wir mal noch ganz schnell nach dem Takt. 60 Sekunden ist gut. Hier, mhm, ein Bus vielleicht noch. Ein einziger. Ja. So, wir wollten ja anfangen hier unsere Linie zu ziehen. Würde ich sagen, machen wir erstmal eingleisig und machen dann hier irgendwo ein Ausweichgleis. So was kostet denn hier ein Bahnprogramm? Das ist okay. Mal gucken, was vorgeschlagen wird als Direktverbindung. Also da wäre unser Gebäude weg. Das wäre mir auch klar. Aber dann würde ich hier doch erstmal rausgehen. Hier am Fluss entlang. Hier ein Bahnübergang. Und dann irgendwie, äh, dann hier hier rüber wechseln. Dann da nochmal Bahnübergang, da nochmal und dann... Ja, ich glaube so machen wir das. Also. Hier am Fluss entlang. So. Irgendwas so. Wir gehen mal hier weiter. Mhm. Das sieht doch schon mal hier aus. So. Ich hasse es, wenn es zum Beispiel solche Löcher in den Boden schlägt. Deshalb... Für Leute, die jetzt noch nicht so lange Train 4 spielen, ihr könnt ja hier eure Höhe umändern. Ähm, was ich jetzt, ja, eigentlich recht cool finde. Aber das hier, wenn ihr dann nochmal hier draufklickt, also wenn ihr sozusagen nicht diese Pfeile habt, dann, ähm, habt ihr sozusagen an die Höhe anpassend, wie ich es immer so nennt. Das heißt, wenn ihr jetzt von hier bis hier ein Gleis zieht, dann ist hier dieser Berg im Weg. Deshalb macht es hier dieses Loch rein. Deshalb baue ich immer gerne in kürzeren Schritten. Wie zum Beispiel so. So. Der Pfeil sagt mir jetzt, dieses Gleis geht nach oben, denn hier ist ein Berg. Dann nimmt es hier deutlich weniger weg und es sieht nachher auch viel hübscher aus, muss man sagen. Und da ich sehe, da hier die Kuppe ist, gehe ich noch ein Stückchen zurück. So. Und es sieht dann doch schon deutlich natürlicher aus. Dann kann ich hier wieder nach unten gehen. So. Und wenn man dann hinzu sieht, sieht man halt, äh, das macht nen Bauch. Aber das ist gerade das Lustige, finde ich, an Drainfeaver. Kann man bei so vielen anderen, ähm, Spielen nämlich nicht machen. So. So. Und das hier. Das finde ich dann echt doch schon geil. So. 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 Das ist nass. Cool, das hier. Cool. Dänischer. Schwedischer. Dänischer. Schwedischer. Dänischer. Dänischer. Schwedischer. Dänischer. So, das ist jetzt beschrankt. Ja, das ist jetzt so ein normaler, das ist ein schwedischer. Hm, was machen wir denn? Das sieht dann doch schon geil aus. Ist das ein Preis? Ja, gar nicht so groß. Wir haben jetzt 1000k, ja, wo steht jetzt nicht eine Million? Achso. Ah, man kann's auch genauer machen. Also, wir verdienen dann doch schon Geld. Oh ja. Oh, oh. Mhm. Können wir gleich noch was zurückzahlen. Man würde es einfach mal sagen, wir können es ja auch mal machen. Oh, Moment, dann wird es nicht gefällt, oder? Was kostet was? Egal. Das sieht dann doch schon geil aus. Muss man hier noch ein bisschen... Gibt gar nicht. Das tut ein bisschen hier jetzt. Na, na, na. Na, nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Na ja, komm. Guck doch mal an. Die Schienen haben doch auch so... Drauf ist diese Schneetextur drauf. So, dann würde ich hier an den Bucke ziehen. Hm. Die hier? Oh, die hier ist zu modern. So, die hier. Ist das meine? Ne, die passt hier nicht. Ich würde sagen, ziehen wir die hier her. So. Genau. 118.000. Ja, das passt auf jeden Fall. So. Dann müssen wir hier nach hinten. Hier hin. Das ist eine richtig... Das wird eine richtig geile Strecke. So durch den Wald durch. Finde ich immer sehr geil. Gehen wir mal hier wieder entlang. Und was ich auch scheiße finde, wenn man einfach so gerade Strecken baut. Sieht meiner Meinung nach richtig unnatürlich aus. Denn... Ein echter Zug fährt auch nicht, weiß ich, wie viele Kilometer geradeaus. So. Dann haben wir hier auch wieder diesen Bauch drin. Dann machen wir hier auch diesen schwedischen. hin. Mhm. Mhm. So, da müssen wir hin. Hm. Können wir hier einen Bahnübergang machen? Ja. Will ich das? Das... Muss ich ja eigentlich schon fast... So, hier durch die... Oh, geil. Durch den Wald durch. Ich... Muss ich ja... Muss ich ja... Hier... Äh... Jetzt hier anschließen. Oh, da füllt's auf. Da füllt's auf. Mag ich gar nicht. So. Und so. Ja, so sieht's gut aus. Perfekt. Hätten wir schon mal die erste Verbindung. Jetzt müssten wir hier bloß die Mitte finden. Das wäre dann hier etwa... Wo wir dann... Das Ausweichgleischen machen. Dann machen wir das... So. Ja, reicht für den Anfang. Vielleicht mal so. Dann brauchen wir noch Signale. Warte denn dort? Oh Gott, neue Signale. Ja, hier habe ich auch noch ein paar von denen, von denen, von denen. Okay, so viel. So viel ist dann da doch nie. Warte, 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 warte. Warte. Was haben wir denn hier? Mehrgleisicher Brückenkopf, eingleisicher Brückenkopf. Oh! Gott, ist der große. Oh! Ist der riesig. Oh Gott. Brückenkopf, mehrgleisig. Brückenkopf, eingleisig. Okay. Ah. Kann man mittlerweile sowas auch machen. Ist ja geil. Mal kurz gucken, wann ich Aufnahme begonnen habe. Alles klar. Weil die Folgen sind ja mittlerweile dann doch eher 25 Minuten geworden. Oder noch länger. Aber das ist ja egal. Das haben wir ja anfangs doch bloß. Wo waren sie jetzt? Hier diese. Schwedisches Zwergsignal. Hauptsignal. Wie sieht denn das aus? Oh! Ach Gott, das sind so kleine. Ach du Heile. Das ist ein Hauptsignal? Hauptswergsignal. Dänisches PU-Signal. Da können wir hier noch den Standort nehmen. Ich glaube wir nehmen dann doch mal das hier. Das nehmen wir dann einmal hier. Und einmal hier. Und dann hier am Ausgang noch einmal. Ich weiß der Bahnhof selber ist selber ein Signal. Weil einfach der Optik. Zuliebe. Ich mache hier einfach eins. Da das ja eh ein Kopfbahnhof wird. Das ist eine Kommission. Ja, ja, ja. So. Hier haben wir auch. Nein. Ach so. So können wir es auch noch machen. Da werden wir dann noch die Weiche hin passen. Jawohl. Perfekt. Und dann noch ein Zugdepot. Kann man das nehmen? Ja. Ich weiß, es sieht hier ein bisschen scheiße aus. Aber. Ja. So. So. Lokomotiven. Äh, 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 diese. Hier haben wir ja nicht wirklich viel. Kumpflok 90, 90, welches Jahr haben wir denn überhaupt? 55, 133, ich wusste das aber auch. 114, 114 Stundenkilometer, 180.000 im Jahr. godk sie sind genau so viel. ...und sie ist ja fast hier so... und was ist denn das? 200.000... Nehmen wir doch erstmal hier diesen kleinen... ...zweimal... ...weißen ihm... Ah! Halt! Wir müssen erstmal eine neue Linie... Aha! So, das ist ähm... ...Larvik ...Larvik ...nach E... ...Fack ...nach... ...Egersund, genau... ...Egersund ...Egersund Das wäre von hier... ...nach hier... ...nach hier... ...genau Jetzt gucken, dass sie hier den... ...Gleis jetzt verwenden, perfekt... ...hier können sie eh plus das Gleis verwenden ... ...klar... ...können wir die auf Not schicken... ...so... ...können wir die noch an... ...Geld ist wahrscheinlich... ...für die... ...für die Zeit... ...ah! Autosave! ...Ahh! ...ist es weil ich die... ...ist es weil ich die... ...ist es weil ich die weg... ...weil ich das alles auf... ...Ach ne, die hab ich doch auch alle... ...die hab ich... ...ist es weil ich auf norwegisch gestellte hab... ...ist es auch... ...not europäisch... ...hat mir jetzt natürlich... ...n bisschen... ...scheiße... ...ne... ...so... ...gut ist schon wieder los... ...aber ich denke... ...hier... ...genau... ...so... ...hier müssten wir dann auch noch... ...ähm... ...eine Linie einfügen... ...mit dem Bus... ...Bus... ...Egasund... ...mhm... ...tadududududum... ...mit der Bounce hier gerade... ...sehr schön... ...so... ...werden wir einmal hier... ...miss der Bounce... ...sag mal nicht... ...und die Nummer... ...einen... ...einen... ...hier... 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 Was ist denn das jetzt... ...zuweißen eigentlich? Oh... people... ...hier... ...uhh... ...hier... 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 Gehen wir hier an die Pferdstraße rein... Machen wir hier nochmal... Nein! Ja, komm. Das baut ihr alles neu. Dann machen wir da oben auch nochmal eine hin, hier, jetzt hier rüber, dann hier runter und dann hier nochmal. Perfekt. So, neue Linie, von hier, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, da hin, hier rüber und dann nochmal zurück. So, perfekt. Jetzt bräuchten wir hier noch ein Busdepot. Verziehen wir doch gleich hier irgendwo, das ist die Kondition. Dann machen wir das hier. Dann machen wir auch noch den. Aufs Geld noch achten, kochen wir mal 5, 6. Bus Egersund. Ich schicke die auch mal raus. Buslawik macht mittlerweile auch Plus. Bezug macht noch Minus. Der Takt sieht ja nicht so gut aus. Jetzt haben wir noch einen. Buslawik. Stehen denn hier schon welche? Ne, hier stehen wirklich schon zwei Stück. So, die freuzen sich hier gerade. So, die freuzen sich hier gerade. Wie viel? Fünfzig? Fünfzig? Okay. So, hm. Ja klar, wegen, äh, wegen den Weichen. Die hab ich auch auf sechzig untergemacht. Naja. Naja. Ah, jetzt hab ich hier gerade. Der hinten läuft noch mal. So, hier blinkt's. Hier kommt der Zug. So, der ist schon hier hinten. Der ist hier hinten. Das passt. Dann haben wir die Mitte gut getroffen. Dann nehmen wir nochmal die Einfahrt. Schön. So, also hier zwei. Neun. Ja, okay. Wie ist der Bus? Was ist denn Bus hier hinter dir? Uh, uh, uh. 19. Das ist immer so ein 20 Stück! Da reichen mir unsere Busslige an! Ach hee! Was ist denn das? Das ist kurz. Was ist denn das? Das ist kurz. Was ist denn da? Das ist nicht voll geworden. Die waren alle in die Richtung. Und dann kommt da die Liste. Und dann kommt auch da die Liste. So, was der hier ruten ist, hm, so bloß EgoZoom geht eigentlich, da ist 3 Minuten, das ist eigentlich gut für einen Zug, ja, 60, 60, 50 zu 60, 66, das ist gut, kann man nicht sagen. Oh, dann wird da eine Vergrößerung geplant? Ihr habt schon vergrößert? Uiuiui, da, uiuiui, was? Okay, aber die Gebäude werden nicht größer. So, gucken, da ist ja mehr. Wie schaut's bei euch hier hinten aus? Der hat 5 und 6. Ich hab noch nicht die Obergrenze erreicht, seid alle bei 38. Das ist gut, dass die alle so zusammen schaffen. Und, ah, ich seh grad die Zeit. Dann geh ich mal hier hin und sag dann vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Folge 4, ja. Und ich bedanke mich recht herzlich für alles und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.